Kennst du die Situation? Du bist Affiliate, Online-Marketer, Freelancer, Coach oder Trainer. Ganz egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener oder sogar Profi. Und du hast schon Unsummen an Geld für Online-Tools verbrannt, die dir nicht geholfen haben. Oder du möchtest so gut wie keine Tools einsetzen, weil dich schon viele shiny Objects enttäuscht haben. Trotzdem realisierst du, dass es andere gibt, die an dir vorbeiziehen. Du fragst dich dann aber vielleicht, was genau denn diese anderen besser machen. Oder du fragst dich, ob es etwas gibt, das dir mehr Conversions, Sales und Leads bringt. Und vielleicht fragst du dich auch, welche Tools dich so richtig nach vorne pushen. Schließlich ist es nicht einfach, sich im Dschungel der hunderten, ja tausenden Online-Marketing-Tools da draußen zurechtzufinden. Denn es gibt sie immer noch, diese kleinen Helferlein, die dich pushen. Und nein, das tun sie aber nicht alle. Am Ende des Tages weißt du einfach nicht, ob und welche Tools dir wirklich helfen und wenn, wie genau sie dir helfen, um dein Alleinstellungsmerkmal perfekt herauszuarbeiten. Wenn dir einer dieser Gedanken schon einmal gekommen ist, bist du bei mir goldrichtig. Ich bin der Michael und dein Online-Tool-Checker. Auf diesem Kanal erwarten dich die effektivsten Online-Marketing-Tools, die ich für dich getestet habe. Keine Eintagsfliegen, sondern Tools, die dich so richtig nach vorne katapultieren werden. Mit anderen Worten, ich teste für dich die heißesten Aktien aus der gesamten Online-Marketing-Welt und begleite dich auf deinem Weg an die Spitze. Lass dich nicht mehr überholen, sondern sei du derjenige, der an der Spitze steht. Ich habe diesen Kanal aus genau zwei Gründen erstellt. Einerseits lebe ich meine Leidenschaft als Tool-Junkie so richtig aus und andererseits habe ich mich oft alleine gefühlt. Es gibt so viele verschiedene Tools da draußen, aber keiner kann dir sagen, ob sie halten, was sie versprechen. Und niemand erzählt dir, welches Potenzial für dich drinnen steckt oder ob sie überhaupt etwas taugen. Und genau das möchte ich hier mit diesem Kanal ändern. Du erfährst, wie du mit dem gezielten Einsatz der richtigen Tools, deine Leads, Conversions und auch deinen Online-Umsatz in die Höhe treibst und das alles direkt von meinem Schreibtisch aus, wo du mir bei sämtlichen Tools über die Schulter schaust und quasi eine 1 zu 1 Anleitung erhältst. Dabei kommen nur kraftvolle Tools in Frage, die in puncto Leads, Sales und Conversion wirklich effizient sind. Du sparst dir dabei vor allem Zeit und Geld, aber auch Nerven. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung versichern. Und als Sahnehäubchen präsentiere ich dir für jedes Tool das TNT, also den Top-Tool-Tipp, der auch dein Business mit dem jeweiligen Tool so richtig zündet. Das führt mich zur Frage, brauche ich Online-Tools, um besser zu werden? Nein, nicht zwingend. Sogenannte Shiny-Objects betreten oft mit Trompeten und wehenden Fahnen die Bühne, aber so schnell wie sie da sind, sind sie auch wieder weg. Die Tools, die ich dir hier präsentiere, sind erstaunliche Helferlein, die dich garantiert von der Masse abheben werden. Manche Tools werden dir das Leben als Online-Marketer erheblich erleichtern, andere sparen dir massig Zeit und Geld und wiederum andere werden dich extrem pushen, um dich spielend leicht an deiner Konkurrenz vorbeiziehen zu lassen. Also wenn auch du kein unnötiges Geld mehr für Tools ausgeben willst, wo du nicht weißt, was genau dich erwartet und dich möglicherweise auch null weiterbringen, oder wenn du zu denen gehören möchtest, die andere überholen und nicht umgekehrt, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Lehne dich zurück und verschaffe dir garantiert einen unfairen Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz, währenddem du mir zusiehst, was dich weiterbringen wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe, dein Online-Tool-Checker Michael. Und bevor ich es noch vergesse, wenn du ein Tool im Auge hast, das ich für dich testen soll, dann lass es mich wissen. Ich setze mich dran und mache das für dich. Also, ab in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Video.